Also, ich wünschte, ich hätte diesen Spaß, den er gerade hat. Es ist zu eng, scheinbar ist das lustig. Einen wunderschönen guten Tag zum Nostara-Fabdate. Na? Wir haben mannigfaltige Sachen erlebt in den letzten Tagen und Wochen. Und das schneide ich hier so ein bisschen rein. Bei jedem Fabdate kriegt ihr eine neue Mannigfalte. Weil das füllt kein eigenes Video und deswegen geht es jetzt los. Ich würde gerne raussteigen und von außen filmen, was die da machen. Ja, aber ich frage das noch. Zum ersten waren wir zum Beispiel in Berlin bei einer kleinen Feier von David Hain. Der hat seinen Geburtstag anderthalb Monate später nachgefeiert. Das sah ungefähr so aus. Ich habe so lange eine Prüfung geschrieben. Hain, na? Wir sind ja am vloggen nicht so gut. Ich glaube der letzte wirkliche Vlog ist entstanden 2012 oder 2013, als wir nach David gefahren sind zu Giga. Deswegen, wir fahren gerade wieder wohin, aber ich kann das nicht. Aber es gibt jemanden, der YouTube lernen muss. Na Maggie? Was machen wir dir jetzt? Das machst du ja ganz toll. Was willst du jetzt machen? Maggie lernt YouTube. Vielleicht jetzt auf diesem Kanal. Wie warst du jetzt? Wie warst du jetzt? Wo warst du jetzt? Wo fahren wir denn gerade hin? Vielleicht haben wir noch ein paar Minuten. Ich fand, hier kann ich auch richtig gut Flocken lernen. Ja, kannst du, ne? Ich bin richtig talented. So, jetzt machen wir hier Casey Neistat. Jetzt mache ich hier so random Aufnahmen und dann kommt so diepe Musik drunter. Das wird klasse. Jetzt kommen die Casey Neistat, Drohnenshots. Jetzt kommen die Casey Neistat. So, wo sind wir jetzt? Wir sind in Berlin. Wo gehen wir jetzt hin? Das ist richtig super. Das muss es sein. Das machen die YouTuber alle. Die haben so ein Softlight, damit die Haut schön aussieht und die Augen so freundlich. Ja, und wir gehen jetzt zu Dion. Dion! Stimm uns vor, dass auf deine Füße fallen. So geht das, Flo. So geht das. Jetzt musst du den Leuten so sagen, wie jetzt der weitere Verlauf ist. Jetzt musst du deine Hand hier so reinhalten, dass sie sich fokussiert. Irgendwie jetzt da. Jetzt erzählst du, was jetzt noch so passiert. Ja, na, wir werden uns jetzt erstmal schön machen. Allesamt. Bin ich so schön? Ja doch, du bist schon sehr schön. Wir werden uns alle schick machen und dann geht's auf jeden Fall los. Finde ich nicht verrückt. Wir stimmen uns schon eine auf die Party. Ich muss sagen, was deine Bündnis schon ist. Und was Freunde sind und was du noch vorhast. Äh, ich hab noch vor, dass ich einmal dieser Gruppe Menschen darüber höre. Und das versuche ich jetzt, indem ich mir ganz tolle Kontakte mache. Dann ist die Kamera leider kaputt gegangen. Ja, dann haben wir hier, hier gibt's jetzt noch einen schönen Teaser für den nächsten Podcast. Der wird richtig spritzig, sag ich euch. So, hi Leute. Na, willkommen beim neuen Podcast. Wir haben uns ein richtig gutes Feature überlegt für diese Folge. Wir haben hier so ein... Ja, ich bin wie immer der in den Gag nicht befiegt. Und dann gehen wir jetzt rein und podcasten. Also ich wünschte, ich hätte diesen Spaß, den er gerade hat. Es ist zu eng, scheinbar ist das lustig. Es ist einfach viel zu eng. Hey, ob du dich mal ordentlich hinsetzt? Im Moment, Spreading ist illegal. Illegal. Wir können Döner noch fressen. Und wir haben diese Kiste nicht nur für das neue PUBG-Video genommen, was wir gefilmt haben. Kommt die Tage auf dem Hauptkanal? Nein, wir haben uns damit auch in die Weimarer Fußgängerzone gewagt. Und da ist dann folgendes passiert. Hallo Leute, willkommen bei das krampfhaft virale Video. Aus der Reihe eine Stunde... Krampfhaft virale Videos. Was? Aus der Reihe krampfhaft virale Videos. Mhm. Aus der Reihe... Boah, halt zu deinen Schnauze. Aus der Reihe komische Dinge eine Stunde lang tun. Ja, wir sitzen in dem Karton, wir verschicken uns gerade per Post. Wir unten schalten ein bisschen Licht durch. Oben, auch links. Ja, eigentlich wollten wir da so eine Stunde Dinge erleben machen. Hashtag virales Video. Ein bisschen verarschen, aber es kam dann doch alles ganz anders. Leider. Aber seht selbst. Können wir bitte aufgeben? Nein. Okay. Nee. Bitte gib mir mal bitte... Nein! Gib mir den scheiß Töner, gib mir den scheiß Töner. Ey, die gar nicht im Kranten. Raus, raus, raus. Herr Frey, Teil nicht lieb. Die komplette Ann-Kathrin-Version davon findet ihr auf Neustria-Force. Guckt euch das ganze Spektakel an. Aber schneid davor, was ich noch dazu... Was sagst du dazu noch? Ich sag dazu, dass das übermütige Kinder sind, die einen Pappkarton und die langweilig ist und die auf einen Pappkarton eintreten. Und dass jeder meiner Kommentare eigentlich nur der Gag ist, dass es ein völlig unangebrachter Kommentar ist. Ich glaub, der hat gerade Andris Andri gesagt. Oder wie der nochmal hieß. Also ich glaub, ihr fahrt gleich ein Laster rein. Ja, und dann noch so ein kleines bisschen Bonus-Information. Kalle geht jetzt wieder nach Stuttgart. Der studiert da. Da könnt ihr ihn stalken. Der ist dann wahrscheinlich erstmal weniger zu sehen. Aber im PUBG-Video ist er ja drin. Und ansonsten... Sind wir dran. Sind wir dran. Ja, dann war's das an dieser Stelle auch mit dem Nostaraf-Update. Wenn ihr eine kleine, hitzige Diskussion starten wollt, dann tut das unter dem Nostaraf-Force-Video. Was wir doch für Rassisten sind. Oder Ausländer-Feinde. Fast. Alter, sie ist auf meinem Kopf gelandet. Tschüss.